So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Elements Destiny Origins. Das letzte Mal haben wir in der Kathedrale ein bisschen Orgel gespielt, haben damit den Weg hier in die Katakomben, nein, in einen Geheimraum freigeschaltet und haben in diesem Geheimraum den Weg in die Katakomben freigeschaltet und uns neue Ausrüstung gekauft. Und dann wollen wir uns doch mal den Katakomben binden. Und einmal die Viecher jetzt blicken. Das sollte ja jetzt kein Problem mehr sein, wenn wir die Ausrüstung anhaben. Duptidu, das hatten wir ja letztes Mal auch noch gehabt, das Problem. Da bin ich ja ohne Ausrüstung hier reingerannt und habe mich bewundert, dass ich keinen Schaden mache. Das war uncool übrigens. Sehr, sehr uncool. Und das Spiel hängt wieder. Och man, wieso tut es das so häufig? Ach, Leute. Ehrlich? Danke. Mann, Mann, Mann. Das sollte aber nicht passieren. Ich schieb mal einfach den, ich kick mal den Stein hier so ein bisschen durch die Gegend. Und kick, und kick, und kick. Und kick, und kick. Nein, kick nicht. Schwimmen kann ich nicht. Oh, da hinten ist ein Bärchen oder Löwe oder Wolfi oder so. Feuerwölfe. Natürlich. Natürlich Feuerwölfe. Bestienkiller. Wow. Ja, das war ordentlich. Erde. Ich bin Erde-Element. Ich dürfte davon nicht viel Schaden nehmen eigentlich. Nee, ein Erdwolf ist es. Na gut, dann halt kein Feuerwölfchen. Und ein Heiltrank. Okay, das ist gut. Schön, dass die Gegner sowas droppen. Ja, das ist glücklicherweise nicht ganz so schwer, dieses Rätsel. Oh hey, eine Tür ist offen. Und da ist eine Truhe. So, ja, okay. Tut's auch. Hm, drei Stück. Komm. Oh, Crit. Cool. So geht's auch. Einmal daneben und einmal getroffen. Es ist schön, dass das Spiel ein richtig bescheides ATB hat. Nicht so rundenbasiert wie die meisten RPG-Maker-Spiele. Pass auf, jetzt kommt wieder ein Crit hier. Nee, doch nicht. Na gut. Yay, Geld. Fünfmal Heiltrank. Okay, dann hätte ich eben nicht mal welche kaufen müssen. Das sieht doch sehr verdächtig aus. Erstmal die Federmaus. Oh, Crit. So geht's auch. Au, 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 der kritet auch. Das tat weh, Alter. Ich sollte mich nach dem Kampf mal heilen. Hatte ich nicht gedacht, dass das doch so viel Schaden am Anfang ist, schon der rausgezimmert wird. Daneben. Alter. Erika. Ehrlich? Danke. 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 Und noch ein Heiltrank. Sollte ich benutzen. Bitte. Danke. Oh, der... Ja, 500 heilt der. Okay, gut. Wow, MP auch um 500 heilen. Das ist ordentlich. Ausrüstung müsste so noch alles passen. Jawohl. Aber Vorsitzel aber nochmal speichern, falls wir hier zwischendurch abkacken. Oh, ich bin ja Level 2. Seit wann das denn? Habe ich gar nicht mitbekommen. 46 von 79. Aber hier ist auf jeden Fall noch... Hier ist was. Ich weiß nur nicht was. Soll ich da den Stein hinschieben? Wahrscheinlich soll ich da den Stein hinschieben. Und dann geht das hier unten wahrscheinlich weg. Mal gucken, was ist denn hier noch so? Ne, da soll ich denn... Okay. Dann räume ich euch erstmal aus dem Weg. Dann räume ich dich aus dem Weg. Das ist cool, dass hier so ein paar kleine Rätsel drin sind. Jetzt muss ich nur gucken, wo muss ich denn lang schieben. Okay, hier innen durch. Zack, zack. 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 Und ich habe verkackt. Weil der da nicht stehen dürfte. Gut, äh, dann muss ich den... Ja, okay, kann ich so zurücksetzen. Dann sind zwar die Gegner auch wieder da, aber egal. Um die kann man sich abkümmern. Bestienkiller. Ups. Und... Na... Na, 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 na... Nochmal den Bestienkiller. Und die Fledermaus kann ich mit normalen Angriffen töten. Steht da eigentlich irgendwas dabei, ob es best hier ist oder... Ne. Steht nur Fledermaus. Na gut. Dann eben nicht. Ich kann mal gucken... Hä? Wieso kann ich den von da aus nicht weiterschieben? Wieso kann ich den nicht weiter nach da oben schieben? Na gut. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das mit dem Ding da oben auf sich hat. Aber... Lassen wir ihn mal so. Wo schiebe ich denn dich jetzt hin? Wenn nicht nach da. Ich muss ja... Okay. Ja, okay. Den sollte ich von unten aus wegschieben. Dann ist das auch kein Problem. Warte mal. Nee. Das war doof. Ich habe es schon wieder verkackt. Meine Güte. Ach, Leute, Leute. Ich bin gerade zu doof zum Rätsellösen. Ja, komm. Einfach draufhauen. Wird schon gehen. In der Fall muss ich zwischendurch nochmal einen Trank schrücken. Fledermaus. Greift mich an. Aber da hier Erdwölfe rumlaufen, denke ich mal. Und da ich der Erdelementar bin, denke ich mal, dass der Tempel hier am Ende der Katakomben ein Erdtempel sein wird. Level up. Okay. Cool. Moment. Jetzt mache ich das vorher. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt hier an der Ecke gerade unnötig schwer mache. Wahrscheinlich schon. Ich komme da schon mit. Doch, ich komme da durch. Oh Gott, ey. Das wäre jetzt... Hätte ich aber einen kleinen Krampf gekriegt, wenn das wieder nicht gepasst hätte. So. Jetzt aber. So. So. Und so. Noch eins nach unten. So, so. Ganz wichtig, dass ich den nirgends hier in so eine gewisse Ecke reinschiebe. Und jetzt habe ich schon wieder Mist gebaut. Die Dinger hätte ich vorher wegschieben müssen, ne? Ja, hätte ich. Ach, Mann. Oh, ich verkack's dauernd. Jetzt baue ich's von unten nach oben auf. Komm ich von hier aus irgendwie da unten durch? Nein, komme ich nicht. Gut. Ach, Mann, oh. Why? Wieso mache ich mir das so schwierig? So, ne. Aua. Nicht kritten, Wolf. Das ist böse. Fledermaus. Fledermaus. Stirb. Wow. Sie stirbt. Cool. 300 HP wohl. So, so. So, so. Und so. Und so. Und so. Und so. Dann hier unten alles präparieren. So, und so. Und jetzt kann ich den Stein von oben runterrollen. Rolling Stones. Und so. Und so. So, und so. Und so. Äh, so. Ne, nein. Bloß nicht in die Richtung. Danke. So, so. So, so. Hoch. Zur Seite. Noch mal zur Seite. Hoch. Und jetzt darüber. Sorry. Das hätte nicht passieren dürfen. So, was hat mir das jetzt gebracht? Der Weg da unten ist jetzt offen? Hat sich da oben irgendwas getan? Nö. Gut. Äh, gar nichts. Dann kann ich wenigstens unten raus. Wenigstens etwas. Wölfchen. Oh, ich hab... Ach, ist nur einer. Okay. Ich hab weniger als... Fast weniger als Hälfte HP, aber das passt schon. Jetzt hab ich weniger als Hälfte. Aber noch geht das. Alles kein Problem. Trotzdem Vorsicht selber speichern. Bevor ich mir jetzt den Weg zuschiebe. Eine Fleder. Und... Ja, nee. Zwei Fleder. Na gut. Da halt zwei Fleder. Die halten wenigstens keinen... 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 Schlag mehr aus. Doch, halten sie manchmal. Verfluchter Zufallsschaden. Und tschüss. Oder ist das voll die Händenstand? Ach, ich weiß es nicht. Weiß nicht, ob es hier sowas wie ein... Erste, zweite Reihe Prinzip gibt. Ist hier hinten noch was? Sonst wäre doch da keine Treppe. Nein, keine Leiter. Wieso ist hier nix? Na gut. Verarscht. Nach oben. Und... Hundi. Äh, ja. Ich lasse mal die Fledermaus. Na. Wenn ich jetzt zwei Crids abkriege, wird's... Oh, oh. Knapp, wollte ich sagen. Das wird auch jetzt schon knapp. Danke. So. Gut, dass er daneben beißt. Und Erde. Hat die Erde eben kritischen Schaden gemacht, oder... War das einfach nur mehr? Ich weiß es nicht. Es ist auch cool, dass die sowas zaubern können. Ich will das auch. Ey. Lass dich treffen. Dover Wolf. Grüezi. Dankeschön. Wusch. Und... Fledermaus. Drei Stück. Ach, geil. Komm. Die muss ich doch... Oh, oh. War anheben können, wollte ich sagen. Komm, dich hier vorne. Ich kann nicht selber war anheben. Jawohl. Danke. Die andere steht hinten. Das ist aber auch jetzt gerade mehr Schaden gewesen, als die eine links eben. Ja, klasse. Ne. Knapp zu wenig. Dreimal Magie trank. Okay, dann kann ich ein paar mehr Bestienkiller raushauen. Das ist auch gut. Ach, was denn jetzt hier? Hm. Was denn hier jetzt los? Das check ich gerade nicht. Wo ist denn jetzt... Hä? Wo soll ich denn hier was machen? Ist hier irgendein Stein, den ich schieben kann? Nee. Hä? Nani? Ich seh's gerade nicht hier. Ich seh nix auffällig. Hm. Aber hier kann ich ja auch nicht durch. Hä? Gut, die Gegner sind gleich wieder da, wenn ich hier lang gehe. Aber... Aber... Das ist natürlich doof, wenn der Gegner jetzt da in den Weg läuft und ich nicht den Stein schieben darf. Danke. Danke. So, Wolfi. So, Wolfi. Hey. Ja, okay. Da hat man noch mehr als 300. Wahrscheinlich 320 oder so. Das ist auch cool. 7 XP 15 Cent speichern. Einfach, weil ich's kann. Ähm... Ein paar XP fehlen noch. Ja, was mach ich jetzt? Aber mitnehmen kann ich den Stein nicht. Der wird spätestens hier stecken bleiben. Kann ich unten durch? Nee, kann ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Was soll ich hier tun? Oben ist keine Chance. Oben komm ich nicht rein. Ja, Federmaus. Danke. Kritisch Haaretreffer. Das ist doch mein Schü-hü-hü-hü-hü-hü. Oh, Mann. Äh, da, 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 da. Ja. So what? Aber da kann ich auch nicht hin. Ah, hier ist ein Hebel. Mano, Meter. Nach rechts. War das jetzt richtig? Irgendwas musste ja da unten sein, sonst wäre da keine Leiter gewesen. Kein Strickleiter. Ja, Federmaus. Komm, ist egal. Ach, hier oben nicht. Ja, komm, dann nehme ich die Federmaus halt noch mit. Gibt ein Level ab. Glaub ich. Wobei ich ja gerne gewusst hätte, was passiert wäre, wenn ich den Hebel nach links bewegt hätte. Wow. 2 mal 26. Und stirb. Ach, Mann. Level ab. Wird eigentlich nach dem Level abgeheilt? Nein, wird nicht. Gut, dann abgeführt. So. Ein Wolfi. Na, den kriege ich, glaube ich, hin. 300, genau. Wow. Wow. Hat da wohl mehr. Naja. Okay. Abgeschlossen. Dann muss ich wohl die zwei Kristalle irgendwie aktivieren. Okay. Okay. Besten. Erstmal. Nee, nicht so. Das ist dem nicht. So. Hilft mir das? Ähm. Hilft mir das? Möglicherweise hilft mir das. Ja, das hilft mir sogar. Perfekt. Glitterschlüssel. Äh, Glitter? Glitterschlüssel. Gut. Auf der anderen Seite noch sowas. Und Wolfi. Nichts. Wenigstens sind die Gegner fest geskriptet, dass da nicht irgendwie zufällig noch andere Gegner kommen können. Das war wenig Schaden. Danke. Na ja, gut. Na, ah, ah, okay. Hier muss ich dann zwei Dinger in das richtige Loch rollen. Ähm. Ich hab hier einfach mal hier alles frei. Da dürfte jetzt eigentlich nichts passieren. Einfach alles aus dem Weg schieben. Out of my way! Moment. Ah, okay, da komm ich durch. Das ist gut. So. So. Jetzt sind zumindest schon mal die Steine alle aus dem Weg. Das muss ich nur sehen. Wie kriege ich den Lilanen nach hier rechts? Okay, Planänderung. Das seht ihr im nächsten Part. Wie ich den Lilanen da nach rechts kriege. Speichern. Also dann. Bis denn und. See ya. Bis denn. 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 Vielen Dank.